ARK Survival Evils Ich persönlich hatte mit dem Spiel keinerlei Berührungspunkte, hab's auch immer noch nicht, denn es gab eine Switch-Version und das war der erste Moment, in dem ich mir gedacht habe, sollst du es jetzt mal runterladen, bzw. dir die gerippte Version davon mal anspielen. Nachdem das Video von Digital Foundry online gekommen ist, habe ich mich schleunigst dagegen entschieden, denn, ach du Kacke, ist ARK Survival Evolved ein schlechter Port. Und zwar nicht nur schlecht im Sinne von, es ruckelt mal und die Auflösung ist nicht ganz so hoch, wie man es gerne hätte, nein, es ruckelt zwar nicht so oft, wie man es denken könnte, denn, wie viele wahrscheinlich auch wissen, hat ARK einen unglaublich zähen Start auf den Konsolen gehabt. Das Spiel lief auf PS4 und Xbox One wie Kaugummi und das auch mit 720p. Wer mal das jetzt schon hört und dann über eine Switch-Version nachdenkt, ja, ich glaube, da wird er bald schwarz vor Augen. Und genau so sieht es eigentlich auch mit dem Spiel aus. Das Spiel läuft im Worst Case mit 216p im Handheld-Modus. Das ist niedriger als die Auflösung eines Super-Nintendos. Und tut mir leid, dafür finde ich keine Entschuldigung, denn man hätte mehr heraus machen können. Und wenn man halt die Mobile-Version dafür benutzt hätte. Das wäre wahrscheinlich den meisten sogar noch egal gewesen. Ja, ich habe anfangs auch gesagt, bitte nicht die Mobile-Version, aber hätte ich gewusst, wie schlecht der Port von der PC- und Konsolen-Version wird, dann hätte ich mir doch lieber die Mobile-Version gewünscht. Ganz ehrlich. Und wenn die Auflösung an sich, das könnte man ja doch irgendwie lösen, wäre die Textur nicht so unglaublich, mit so unglaublich wenig Polygonen ausgestattet. Oder beziehungsweise würden sie nicht die allerletzte Elodin-Stufe verwenden. Denn es ist einfach nur alles so grauenhaft. Und die Framerate, das ist das Witzige, Die Framerate ist oft höher als die auf einer Xbox One X. Okay, das ist aber auch der einzig gute Punkt an diesem Port. Okay, es gibt noch einen weiteren guten Punkt. Und zwar ist es halt das komplette Spiel zugeben, extrem komprimiert. Was auch der Grund ist, warum die Assets, beziehungsweise die Texturen so unglaublich blurry und schlecht aussehen. Aber ob das ist was Gutes ist oder was Schlechtes, das soll jetzt jeder selber entscheiden. Ich persönlich rate einfach nur dringend davon ab, dieses Spiel zu kaufen. Jeder, der einen PC hat, der ein bisschen was kann, oder besser gesagt, jeder, der einen PC hat, der die Minimalanforderungen erfüllt, der soll sich das Gefäß für den PC runterladen. Denn auf den niedrigsten Einstellungen sieht das Spiel besser aus, als auf der Switch und läuft mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, auch besser. Und jeder, der eine PS4 oder eine Xbox One hat, kauft sich's dort. Denn dort sieht es besser aus, hat eine höhere Auslösung, leckt dafür ein bisschen mehr. Aber das wäre es mir wert, denn teilweise kann man das Spiel nicht mal richtig auf der Switch erkennen. Tut mir leid, aber nach Doom und Wolfenstein 2, die beides exzellente Ports sind, kann ich sowas einfach nicht gutheißen. Tut mir echt leid, aber Ark auf der Switch nicht kaufen. Bitte macht's nicht. Danke. Okay, okay, ich weiß, ich habe es hier vielleicht ein bisschen zu sehr dramatisiert, aber kauft das Spiel euch nicht und wenn ihr mir nicht glaubt, dann guckt euch das Video von Digital Foundry an. Ganz nebenbei, die Ladezeiten, die sind, das habe ich jetzt komplett vergessen, die sind auch extrem lang, aber ich glaube, die sind zweieinhalb Minuten lang, wenn man das Spiel startet. kauft euch einfach nicht. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal wieder ein. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.